Hallo zusammen! Ich möchte mich unbedingt bei euch melden, damit ihr wisst, warum ich in der kommenden Woche nicht streamen kann. Die Leipziger Buchmesse steht an. Wir werden jetzt also noch einige Vorbereitungen treffen, werden dann Anfang der nächsten Woche schon anfangen aufzubauen und dann sind wir alle Tage an unserem Stand in der Halle 3 C304 auf der Leipziger Buchmesse. Frank und ich, wir freuen uns sehr, wenn ihr uns dort besuchen kommt und wenn ihr keine Zeit habt, schickt unbedingt ganz viele andere Menschen zu uns. Und danach ist es mit dem Stream auch noch etwas unregelmäßig. Wir kommen also am 1. Mai zwar wieder, sind dann aber noch in den Vorbereitungen, denn am 3. Mai startet schon das Kölner Fantasy Lese Festival. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann und noch mehr freue ich mich, wenn ihr Bernhard Henn und mich besucht am 6. Mai in der Buchhandlung Hanferlesen in Köln. Ab 19 Uhr lesen wir für euch und es gibt noch Karten. Danach dann wird es wieder regelmäßiger mit unseren Streams und natürlich mit der Guten Morgen Plauderei hier auf Twitch ab 6.30 Uhr. Bis dahin habt eine gute Zeit, gute Gedanken und umgebt euch mit wertschätzenden Menschen. Ich freue mich auf euch.